Es hat damals zwar tausende Jahre lang gedauert, zum Aufbau in Karnak. Und man sieht um Karnak Schutzmauer herumgebaut, riesig, 20 Meter hoch ist eine Mauer gebaut, vier Meter dick, aus Lehm, ungebrannte Ziegel. Hinten, schauen wir später an, ein See, ein Heiliger See. Dieser See war für die Priester damals zum rituellen Heiligen vor dem Gebet um Heilig zu tun. Sie hatten in dieser See nicht gestrumpen, aber sich gewaschen. Und das war jedes Mal vor dem Gebet. Auf dem Gebet waren mindestens lediglich drei Euro, während Sonnenaufgang, die Tagung, Sonnenuntergang. Und von dort hin wird nichts. Der Haupteingang sieht man dort Witteranleer, ich halte ihn gleich an, und irgendwann wird das Sphinxanleer, das habe ich Ihnen nicht erzählt. Aber es gibt etwas Interessantes, diese Luftaufgaben vorne, ich kann hier weiter. Vielen Dank.